Erscheinung und Botschaft unserer Muttergottes Königin des Friedens am 25. September 2024, fest zum 174. Jubiläum der Erscheinungen von Lichen, Polen. Betet jeden Tag meinen Rosenkranz, damit Mütter wirklich heilig sein, heilige Kinder gebären und heilige Kinder großziehen können, um die Welt zu heiligen. Jackerei, 25. September 2024 Fest zum 174. Jubiläum der Erscheinungen von Lichen, Polen. Botschaft unserer Gottesmutter Königin und Botschafterin des Friedens. Mitgeteilt dem Seher Marcos Tadeuter Scheirer. Bei den Erscheinungen in Jackerei, SP, Brasilien. Heiligste Maria liebe Kinder, heute feiert ihr das Jubiläum meiner Erscheinung in Lichen. Gebet, Opfer und Busse, das ist es, was ich will. Meditiert über die Passion meines Sohnes Jesus und betet gemeinsam den Rosenkranz, wie ich es in Lichen gebeten habe, Kreuzweg und Rosenkranz. Ändert euer Leben, damit Mütter ihre Kinder für den Himmel erziehen, nicht für die Welt. Wenn sie dies tun, wie ich es in Lichen gefordert habe, werden sie die Pläne der Bösen, die Pläne des Teufels durchkreuzen und der Welt viele Heilige schenken. Und diese Heiligen werden das Antlitz der Erde in den mystischen Rosengarten der Heiligkeit meines unbefleckten Herzens verwandeln. Betet jeden Tag meinen Rosenkranz, damit Mütter wahrhaft heilig seien, heilige Kinder gebären und heilige Kinder großziehen können, um die Welt zu heiligen. Weil es nicht so viele Mütter gibt, die beten, weil es nicht so viele Kinder gibt, die beten, ist die Welt voller Gewalt, Krieg, Böses und Verderben. Deshalb, meine Kinder, kehrt zum Beten des Rosenkranzes zurück, und der Friede wird in die Welt, in die Familien und zu euch zurückkehren. Jede Unordnung wird durch das Beten des Rosenkranzes aufgehoben und zerstört. Das Fehlen des Rosenkranzes ist die Ursache für alle Unordnung in der Welt. Satan gewinnt nur, weil meine Kinder nicht mehr den Rosenkranz beten. Betet den Rosenkranz mit eurem Herzen, und Satan wird jede Schlacht gegen euch verlieren. Betet, betet und betet. Mögen meine Kinder verstehen, dass meine Botschaft von Lichen noch nicht so verstanden und befolgt wurde, wie ich es erhofft habe. Aus diesem Grund verbreitet das Wort mehr über den Film über meine Erscheinung in Lichen Stimmen vom Himmel Nummer 25, den mein Sohn Markus gemacht hat, denn nur dieser Film kann meine Kinder meine Botschaft von Lichen und ihren Wert verstehen lassen. Mein Sohn Markus, du hast schmerzhafte Schwerter des Schmerzes aus meinem Herzen entfernt, die so viele Jahre darin steckten, weil meine Botschaft von Lichen bei meinen Kindern nicht bekannt ist. Ja, niemand hat Lichen so sehr geliebt wie du, niemand hat so viel für Lichen getan wie du. Ja, du bist der große Apostel von Lichen und nach meinen beiden Sern, denen ich erschienen bin, bist du derjenige, der meine Erscheinung in Lichen am meisten liebt und am meisten für meine Botschaft von Lichen getan hat. Deshalb, mein kleiner Sohn, segne ich dich heute mit all meiner Liebe und gieße alle Gnaden meines Herzens über dich aus. Du bist meine einzige Hoffnung. Du bist meine große Freude, verlasse mich niemals, und ich werde nie aufhören, dich mit der Liebe zu lieben, die ich immer für dich empfunden habe. Ich weiß, dass du mir bis zum Ende treu sein wirst. Ja, in deinem Herzen lebt, ruht und entspannt sich mein Herz wie in einem Garten der Ruhe, Entspannung, Liebe und Wonne. In deinem Herzen habe ich einen geistigen Schrein, der so schön und wunderbar ist wie der von Lichen. Und so wie ich in meinem Lichen-Schrein in Polen wohne, wohne ich auch in deinem Herzen, meinem geistigen Lichen-Schrein. Allen meinen Kindern, die meine Botschaft von Lichen und den Film über meine Erscheinung verbreiten, segne ich mit Liebe und bitte euch, greift meinen Feind an, indem ihr dreimal den meditierten Rosenkranz Nummer 225 betet. Ich segne euch alle mit Liebe, von Lichen, von Pontmain und von Jakarei. Vielen Dank.